Die Charakterentwicklung, insbesondere die von Eisner, der durch die Ereignisse gezwungen wird, sich mit seinen eigenen Schwächen und Unsicherheiten auseinanderzusetzen, bietet einen tiefen Einblick in die Psyche des Ermittlers. Obwohl Tatort, dein Verlust, im Gesamtbild der Tatort-Reihe vielleicht nicht als revolutionär gilt, stellt er doch eine solide und eindringliche Erzählung dar, die dank der Regie, der schauspielerischen Leistung und der technischen Umsetzung überzeugt. Als ein Werk, das am 10. März 2024 sein Publikum erreicht, bietet es eine fesselnde Erfahrung, die nicht nur Krimi-Fans ansprechen dürfte. Mit seiner Verfügbarkeit in der ARD-Mediathek unmittelbar nach der Ausstrahlung ist dieser Tatort ein Must-Watch für alle, die tiefgründige Geschichten mit starken Charakteren und atmosphärischer Dichte zu schätzen wissen.